Willkommen, welcome to the jungle. Der leckt auch. Ja, das sieht man. Das sieht man. I have lachs. Habt ihr auch lachs? Einfach lachs da haben. Ist immer noch besser als Forelle. Was für besser als Forelle. Jamex slaps a dash around a bit with a large trout. Die guten alten IRC-Zeiten. Also, haben die alle eine Eieruhr an den Klöten kleben? Jetzt guck da nicht hin. Jetzt kannst du pieken. Jedes Mal eine Eiermassage. Ich lege halt noch ab und kommt. Aber die macht nicht. Ich schlöss, ich f*** jede Großmutter und Oma auf dieser ganzen Erde, die je existiert hat. Ich sag ja die Hormone, Klatschi. Die Hormone. Bodenkobolt. Was? Was? Du warst aber auch schon mal kreativer. Und das Squeaky? Man, halt doch deinen Ludensau, du Luder. Nenn ihn doch einfach Ritzlpflücker. Komm, komm mal, komm mal, komm mal. Da sehe ich mich. Siehste, da finde ich mich auch wieder. Oh, Hilfe. Ich brauche einen Quasack. Wem kann ich's brauchen? Nein, hier, Mikropenis kann ich dir empfehlen. Die meisten einfach, was denkst du, dass Crosshair von mir? Ja, aber das ist ja Mainstream. Das machen die Schlafschafe. Aber wenn du ein echter Querdenker bist, nimmst du mein Mikropenis Crosshair. So. Wenn du kein Schlafschaf bist. Einfach kein Schlafschaf sein. Mettet euch, Mettet euch, Mettet euch, Mettet euch. Oh, oh. Kommt nach einer. Noch einer Party? Mpt. Alter Schwede, da fliegen nur Headshots. Weil das die Einzigen sind, die auf der Map halt Sinn machen, weil das so das perfekte... Einer noch Second um. Ich hätte immer noch gar nicht gerafft, dass ich hier bin. Null. Ja, aber der. Ich nehm das mal. Noch einmal weiter. Okay, cool. Der ist in die Küche gegangen. Der Guardian-Typ ist down. Con oben ist noch. Con oben auch down. Der steht hier neben. Oh my goodness, how does he do this? Warum? Ah, Ass halt drauf. Auch einer. Das ist der Peripherie. Der kam eben schon von B und... Perfekt. Und ja, wirklich nettes Ace. Wie Els. Ja, Ace halt. Einfach mal wegacen da. War klar, dass er irgendeine Standard-Dev-Pose spielt. Der macht auch nicht so einen Move. Oh, nicht zu... Mal diese... Diese Falle, dass man dann... sich gebaitet fühlt zu... Oh ja. Oh ja, oh ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sehr schön gespielt. Sehr schön gespielt. Natürlich... Ich geh raus raus, Hübsch! Natürlich wird's auch ein Headshot, ey. Ach komm. Nur Hits. Ich geb eh für dich. Den nehmen wir mit. Oh, Mama. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem 2-1-Under-Call jetzt so richtig machen soll an der Stelle. Ich hab den Anti-Flash! Ah, da stimmt. Komm, bitte. Da kam ne Pin. Ne Pin. Was war das denn? Wie? Hä? Da kam ne Pin. Da kam ne Pin aus dem Kon geflogen. Oh, Flashback. Guck, deine Jute ist grad zu... Oh, was, Triple. Lass mir halt die für'n After- Für den After krieg ich jetzt. Das war bitte auf ner anderen Plattform. Die Utility vor allem auch, ganz wichtig. Die Utility für den After behalten. Sammolo in den After. Sitzt halt's irgendwann anders. Nein, ich akzeptier's auch nicht, dass ich 9 HP hab, weil deine Mutter einfach bei der Geburt geweint hat. Ohhhh. Sad Story, Bro, eigentlich auch. Ohhhh. Ist schon ein kleines Satch eigentlich. Man sieht dein Rohr. Ja, ne? Der ist runter. Vor Orange Door oder so'n Quatsch? Oder hat rein. Hat. Da links, da links. Du siehst den. Ja. Da war ein Beinchen zu sehen. Ist zu schön. Nice. Jelly. Du hast ihn gesehen. Warte, übrigens. Ich glaub, ich hab ihn gesehen. Gut. Ich muss da erstmal Rampe naden. Ich werf. Ich hab nen Mol. Bruder. Noch zwei mit oben links. Der war heftig. Alter Schwede. Er checkt die Ecke. Er eckt die Checker. Leute, das... Dash. Okay. Das ist ziemlich cool. Das ist eigentlich ziemlich geil. A-Bomber-VB. Nice. Nein, und der... Der hat der Galil, oder was? Der hat der Galil, oder was? Der hat der Galil, oder was? Warte. Der hat noch nie A4 gespielt. Was lebt denn da? Ja. Safe. Ich überlege gerade, warum ich eigentlich auf... ...Gmb-Spieler, wenn solche Aussagen kommen. Man kann im Leben nicht höher kommen als Master Gunning, wenn man... ...wenn man nicht... ...nicht bereit ist, sie superior zu spielen. Hör nicht auf ihn. Einfach ignorieren. Das machen wir auch immer so. Ja, hier, Cash. Mach keinen Step. Ach. Er hat... Er hat nicht einen Step gemacht. Er hat zwei Steps gemacht. Das muss man ihm lassen. Mach keinen Step. Jerry... Jerry einfach. Doink. Und nochmal. Doink. Aber hey. Das reißt es wieder raus. OB. Das sind drei. Bananebombe. Oh ma... Was? It's Beeraaash. Okay. Warum... Ist denn... Long, schau... CT. Ich denke... Da kam zwei... Die sind einfach... Ich denke... Da kommt ein Teammate hinter mir und rotiert mit mir mit. Ich habe null auf die Steps reagiert. Ich habe die absolut nicht mehr voll genau. Ich habe die Steps hinter mir gehört und denke so... Alles klar, ich bin ja der Vorderste bei der Rotation. Aber wie schnell? Ja. 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 Du riecht dich die Rollschuhe an. Okay. Mit Leg Hit geht jetzt bestimmt Long Kicken. In 3... 2... 1... Ich bin nur... Bitte raus! Bitte raus! Ben! Bruder! Der haut nicht gegen seine Tür. Ich haut gegen alles. Jeder normale Mensch was. Stimmt. Ben. Was? You what, mate? Ja. Super viel Kloge. Level 4 war Shit, man. Steht da... Steht da... Hä? Eigentlich hätte ich... Also das war ein richtiger... ...aus Disperspeck einfach reinstechen sollen. Moment. Aber ich habe daran gerade nicht gedacht. Also... Was? Ja? Der... Der hat einfach den... ...den Stein abgeleckt da. Das war ein Salzstein oder so. Ja. Das sah richtig strange aus. Ja. Ach gut. Fünfer. Was? 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 War das... Das blärt aus dem Off gerade? Ja, ich wollte mir gerade noch einen Tee machen. Das ist nicht, ob er mich viel zu gewonnen. Was? Das blärt aus dem Off einfach. Hallo? Mori, du bist in mir gespawnt. Hallo, was soll das? Das ist schon irgendwie ein bisschen homoerotisch. Ich bin aber nicht interessiert. Ja, mach ja. Ich wollte doch einfach auf Ninja drauf springen. Ich... Jetzt bin ich stuck! Das war geil. Ich wollte auf Mori drauf springen. Dann auf die Ninja Box hoch. Dann flieg ich runter. Ja. Da bist du irgendwo zwischen Mori und der Box stuck gewesen, oder? Ja. Geil. Wann soll das passieren? Ein Vasa. Einer Ram. Oh, oh! Ich werd gestochen! Nice try, Bro. Nice try. Das war echt.